Ja, 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 Brot ist gut. Halt! Hey, was soll das? Sie dürfen kein Brot haben. Wieso nicht? Sie müssen brauchen einen Waffenschein. Etwa für Brot? Ja. Ist das wegen dem Gluteengehalt? Ja. Ach so. Wenn Sie weiterhin Brot kaufen wollen, müssen Sie offizielle Anträge ausfüllen und meinen psychologischen Psychotest bestehen. Und dann haben Sie einen Waffenschein. Ich habe nicht mal einen Führerschein und wenn ich das alles ausfüllen muss, bringe ich bestimmt wieder jemanden um. Dann esse ich halt Mett pur. Stopp. Sie dürfen nicht gehen. Sie verstoßen gerade gegen das Waffengesetz. Ist Mett etwa nicht gluteenfrei? Nein, geben Sie mir Ihr Geld. Wieso? Weil Sie damit aus Versehen brutale Killerspiele kaufen könnten. Das stimmt. Die Autoschlüssel nehme ich auch, weil Sie damit aus Versehen einen Radfahrer überfahren können. Wieso denn aus Versehen? Mit Ihrem Mobilfunkgerät könnten Sie zu Lautmusik hören. Die Zigaretten könnte jemand rauchen. Die hier könnten zum Treten verwendet werden. Mit Ihrem Gehirn könnten Sie... Hallo? Nein, wieso? Sie sind jetzt sicher. Moment mal. Sind Sie eigentlich real? Scheiße. Fox News. Gehirn. 政変leratisch. Christian.